Wir haben das Training... was? Sechs Monate später! Das sind also sechs Trainingsmatches, die wir jetzt verpasst haben. So, was passiert. Jürgen hat das helles Training für halb Jahre. Sie haben immer auf der Seite gewonnen, aber sie hat es nie geblieben. Wir haben uns durchgesetzt und nicht ergeben. Jetzt hast du das letzte Obstacle vor dir und dein Debut-Match. So, heute ist der Tag, Herbert. Jetzt finden wir, ob alles das Training verpasst hat. Also, schauen wir, ob das halbe Jahr Training mit den beiden Blaumännern geholfen hat. Und dann werden wir entscheiden, ob du bereit bist, um den Debut zu geben. Also, die beiden entscheiden dann, ob unser Herbert bereit ist, das Debüt zu geben. Natürlich, wir sind bereit. Hier, komm, gib mir, gib mir, gib mir. Heute kämpfst du Nakanishi. Das ist eine Sparring-Session, aber auch ein offizielles Match. Also, wir erwarten, dass wir dir alles geben. Wenn ich nicht nervös war, bin ich jetzt. Ein bisschen Nervosität von unserem Hüpster. Aber, da, hier, Bro, Mensch. Hallo, Tana. Na? Oh Gott, was? 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 Oh Gott. Meute hier. Lusche 1, Lusche 2 und Tanahashi. Okada sagt gar nichts. Der weiß natürlich genau, dass wir seine größte Gefahr sind, ihm die Gürtel abzunehmen. Looks like we've got front row seats. Also die drei werden sich das ganze aus der ersten Reihe angucken, wie wir Nakanishi vermöbeln. We-we-weiß? They wanted to see Mr.Future IWGP Champions Final Test. So here they are. Don't tell me you're already nervous. Nope. Nicht ein bisschen. He's terrified. Nein, is er nicht! Superstro... Das er. Manabu Nakanishi. Isn't it about time we get this started? Wild Guy Manabu Nakanishi. This bro spent his youth fiercely dedicated to the sport until he was finally recruited straight out of school by New Japan. Also er hat eigentlich sein ganzes Leben lang dem Wrestling Sport gewidmet und wurde schon aus der Schule heraus für New Japan rekrutiert. After that he quickly rose to the top thanks to his well practiced technique and talent. Also durch seine gut eingespielte Technik und das Talent ist er relativ schnell an die Spitze gelangt. So. So. Age hasn't dealt the skill of this lumbering giant one bit and he remains an intimidating presence everywhere he goes. Also äh. Alter war nie wirklich eine Frage. Das ist ja nicht mehr der jüngste der gute Nakanishi. Aber er bleibt auch bis heute hin eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten wo auch immer er hingeht. Na dann. This guy is a beast. How do you even get to be that huge? Also wie kann man eigentlich überhaupt nur so groß sein? Hör mal zu Herbert. Ja diese diese sparring chest session hier jetzt mit Nakanishi ne. Das ist hier das ist dein letzter Test. Weißt du? Die Weise dass du dass du hier hingehörst. Äh. Und dann kriegst du dein Debüt. Ganz einfach oder? Na. Sir yes sir. Got it. Chaka. Was was lachst du denn da jetzt? Willst du einfach Lusche 4 werden Tanner? Ja du warst mein Freund. Wir waren so Tanner. Ja. Jetzt fällst du mir hier schon. Das kann ja wohl nicht so. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Blamieren. Ich blamier dich gleich Keule. So. 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 Entschuldigung. Egal. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh. Ehrne Match Rating auf 75%. Äh. Also bisschen länger durchhalten. Bisschen auf den Deckel kriegen. Und dann kriegen wir das hin. Und hoffentlich aufs Seil kommen. So. Äh. Das Blöde ist immer an Lizen 55 Grad oder an Lizen Match Ratings die kann man während des Madches nicht sehen. Das ist etwas was es dann sehr schwer macht das auch tatsächlich zu schaffen. So viel zu, Nakanishi ist ein großer, ne? Ich bin größer als Nakanishi. Passt wirklich viel besser zu Herbert, als der Superflex. So. Also, effektiv haben wir in den Matches bis hierhin immer so 72 bis 74 Prozent gehabt. Das heißt, wahrscheinlich werden wir die Aufgabe wieder nicht schaffen, weil ich nicht genau weiß, wie wir jetzt wirklich mehr Prozente reinkriegen. Ja, aber wir schauen mal auf uns. Ich so nicht. Ich hab schon was drückt, weil ich falsch liess. Das ist auch cool. Der Hedper zieht gut aus. Boim. Und dann wahrscheinlich muss ich am ehesten auch ein bisschen auf den Deckel kriegen. Damit wir das durchziehen können. Dann komm. Hey. Oh Gott, das ist ja. Ja, aber Gott, das ist ja gut. Aber Gott, das ist ja gut. Fürs Matchrad. Boah. Ach, gewinnt schon wieder. Ich hab' die ganze Zeit. Das ist ja mal her. Das ist ja nicht so gut. So, jetzt. Ich hab' das jetzt. Ich hab' das. Ach, Mann. Na, kann ich nicht. Ich hab' das. Habe ich gesehen? Ganz leicht wieder in den Ring gekommen. Okay, da hatte ich ja vorher meine Probleme mit. Na hier, guck mal, das geht nicht. Weiß nicht genau. Hab ich vielleicht irgendwie was eingestellt, dass ich nicht ins Seil kann? Oh, der geht mir nicht weg. Ja, okay. Zurück in den Ring komme ich, aber ich kann irgendwie nicht ins Seil. Da muss wahrscheinlich irgendwas eingestellt werden. Das müsste Tobias. Ich hätte mir hier noch viel vergessen. Na? Hä? Hä? Ach so, das liegt gut. Hab ich das geändert? Stimmt. Und eigentlich Back Body Drop besser ist, ne? Okay, ach, das waren die beiden Aktionen, die ich geändert habe. Vorher hatte ich ja den Power Slam oder so'n Hyptos. Und den Back Body Drop. Und jetzt haben wir Close Line und Big Beat. Als Konteraktion. Hier vom Rebound her. Oh. Super Hold in der Mitte. Ach, und her, wer draußen. Guck mal, wie das Gesicht verdreht. Guck mal, wie das Gesicht verdreht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So. Ich würde jetzt nochmal dive'n. So. Huiiii. Oh, komm, jetzt neuer Ring. Komm, wir gehen hier rein. Alter, wir sind nach draußen. Hahaha, nachdem ich ist tot. Ciao. Hey. Hey. So. So. das hat er noch mal drin so aber warum kann ich nicht was sein das muss irgendwas irgendwas mit der Einstellung vom Rest schöne Pile Driver Serie aber gleich wenn ich die ganze Halle sagen wir dive in oben nochmal raus oder am besten unten die sieht man glaube ich am besten huiii schön nein nicht so fach lass das bitte ok schlau schlau geht ab schreck nicht schlau 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 Ich hab jetzt schon einen Ballgörder. Ich müsste eigentlich den Finish erinnern. Und zwar auf diesen eingesprungenen Arsch. Das würde mir ganz gut gefallen. Jetzt kann ich mal schauen. Wir haben ein paar Ktonnen hier. Wir müssen mal gucken, was ist er hier von dem? Der Stalling Front Brainbuster. Wenn das nicht wirklich ein Brainbuster war. Das ist schon mehr von Fertinaro-Variante. Der Stalling ist eine gute Position. Die Stalling ist ein bisschen auf der anderen Seite. Und dann wird er noch mal mit den Schockgang-Glocken. Oh nein. Das ist nicht zu fassen. Oh mein Gott, ein DDT auf den Heimboot. Oh nein, ich komme gar nicht zurück. Oh, ich wollte dem Refrei eine geben, damit er aufhört zu zählen, dann hat er nicht funktioniert. Aber hat alles geklappt. So. Jetzt. Wir haben das Ende-Gelände. Ja. 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 Ah, schade. Das ist wieder nicht. Ah. Schatz. Gott sie mich. So ein Mist. Okay, ich freunde Nakanishi. Ich hab die Aktion geändert. Muss ich nochmal drücken. Oh nein. Oh, er aufgegeben. Flaume Nakanishi nicht mal mit dem Finisher Ach man, das gibt doch ein Match-Trade. Oh, 75 Prozent. Ja, guck mal an. Mit dem Finisher wäre es noch besser gewesen. Aber gut. Wir haben gewonnen. Aufgabe erfüllt. Alles gut. Yay. Kann man so machen. Aber, ja. Herbert lernt in New Move. Und wieder 400 Betretungspunkte. Und wir haben Nakanishi besiegt. Das weiß ich bloß nicht. Es wäre besser gewesen, mit dem Finisher zu beenden. Aber ich glaube, rein die Aufgabe zu schaffen, wird schon reichen, dass man impressed hat. Hoffentlich zumindest. Well, I've got to say, I'm impressed. That was fun. Also, selbst der Naganishi-san ist total begeistert von uns. Ist also auch auf dem Herbert Hype Train. Ganz klar. You enthusiastically shake Naganishi's outstretched hand. Resultation. You've certainly proved yourself. Wir haben uns alles bewiesen. Danke, Nagada-san. Looks like you're a worthy member of the of the New Japan Pro Wrestling. Of the New Japan Pro Wrestling? Egal. Dafür, dass das das ist tatsächlich zu viel. Egal. After all. You mean, also ich, also, also, du, also, du meinst ich, dass ich, ich jetzt, du meinst, ich? Cool. You passed the last test. Time for your big debut. Ja, Mann. Schöne. Gutes Mensch. Schöne. 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 I could really feel your love for the... Ich hab deine Liebe gespürt, Mann. Ich hab deine Liebe gespürt, Mann. Ich bin so... Go Ace. So, ähm... Danke schön. Hi. You've come a long way from rookie status. Also, ja. Danke, Lucha 1. Ja, die sind dank. I guess that makes us true Du kommst jetzt. Vielleicht werden wir zusammen mit dem Rhein Geld in der Runde machen. Wow, das ist wirklich eine Ehre von dir. Ich glaube, es ist nur in meinem Blut. Ich war voll nett. Hau es. Dein Debut ist nur einer der nächsten Schritte auf einer langen Reise. Wir haben noch sehr viel Lernarbeit vor uns, aber du bist nicht allein. Nakanishi, Tanahashi, Okada, Gedo, mich und all die anderen, die auf dem Hype Train sind. Wir sind mit dir. Du wirst also nicht aufhören zu lernen und wir werden in deinem Fahrwasser mitschwimmen. Es ist nicht einfach, aber die Erinnerung, die Erinnerung, die Erinnerung auf dem Topf. Es gibt nichts anderes wie es. So wie Harley Race gesagt hat. Es gibt keinen schöneren Ort als unter diesen Bright Lights. Es ist nicht einfach. Aber die... Und das auch noch. Und der ist... Wist im Schein. Ich hab's für den besten übersetzt selber. Ähm... Thank you, you've got what it takes. Haben wir, was man braucht? Ja, aber... Aber... The road to glory is paved in blood. Sweat and tears. You've got what it takes to go pro. Ist das... Haben die... Ob sie daran die Rechte haben? An GoPro? Das finde ich nicht in Ordnung. Egal. Also, ähm... Der Weg zum Ruhm ist mit Blut, Schweiß und Tränen gesät. Haben wir, was es braucht? Nagata-san. Freund. Ja? Ein halbes Jahr trägst du mich jetzt schon mit meinen dummen Sprüchen. Und du fragst mich immer noch, ob ich's hab? Flau. So. It might be tough. I might stumble here and there. But I'll always remember today and I'll never give up. Da ist der John Cena mit drin. Not only am I ready, but I'm going to change the world of pro wrestling by bringing my own unique style to the sport. I'm ready, I'm determined. And I'm going to beat all of you. Don't think I'll go easy on you, just because you taught me everything I know. Das finde ich auch gut. Ja, Tanahashi gefällt dat. Ja. Hier, geiler Typ. Er ist wieder mein Bro Nummer 1. Looks like everyone's pretty happy about your upcoming debut. Also alle freuen sich auf unser Debüt. Natürlich völlig zu Recht, Freunde. Völl. Lich. ZU. Recht. But like Nagata said. This is just one more step on the road to glory. From now on, whatever happens, you're responsible for your own success. Von jetzt an sind wir unser eigenes Glückes Schmied. Wird gut übersetzt. Ich glaube schon. Passt. Only the strong survive in the ring. You vow to fight like a champion all the way to the very top of MJPW. Nur die härtesten überleben in diesem Dschungel. Und wir werden wie ein Champion kämpfen und am Ende das große Gold tragen und an der Spitze von New Japan Pro Wrestling stehen. Für jetzt. Pett dich auf der dritte Seite. Du hast deinen Spot auf dem Roster gewonnen. Wir können uns also hier den Barry Horowitz machen. Und wir haben uns einen Spot innerhalb des Rosters von New Japan Pro Wrestling verdient. Ja, Mann. Ich habe es geschafft. Wir sind professionelle Wrestler. Herbert Isaac Perry hat nicht nur den WWE Spießrutenlauf überstanden, sondern jetzt hier auch die Luschen bei New Japan um die Ohren gebumst. Wuhu. Geiler Typ. Der Herbert. Der macht's einfach überall. Jetzt, dass du dein Training fertig hast, bist du ein junger Löwe. Also, wir haben unser Training abgeschlossen und jetzt sind wir entsprechend ein NJPW. Young Lion. Ein junger Löwe. Und, wie der Name sagt, bist du am Boden des Heaps. Und wie der Name vermuten lässt, wir sind eben ganz unten in der Nahrungskette. Wie wird dein Training zu finden? Wie ist dein Training? Ähm. Daily Fire Pro Wrestling. Ähm. Spike Shunsoft Logo mit drin. Fire Pro Wrestling Logo mit drin. New Japan Logo mit drin. New Talent, um zu dem Januar zu debutieren. Direkt mal, direkt beim Tokidom oder was. Der Tag des Debutes am Ariyaki Big Pro Wrestling Festival ist schnell hervorragend. Ähm. Also unser Debüt. Das muss uns selbst übersetzen, glaub ich, irgendein Catch-Festival. Machen wir. So, erstmal hier schöne Umkleidekabine. Sieht sauber aus. Äh. Nicht. Naja, okay. Schon schlimmer gesehen. I finally made it as a Pro Wrestler. Wir haben es also endlich geschafft. Wir sind Pro Wrestler und Haha Cliffhanger Freunde. Wie es weiter geht in der nächsten Folge. Ver門in announces sich vorher dran. Umetzt aus Netflix gegen Düten Mehr Wettbewerbe.